schnauze sterbt nein ist viel alter na bitte jetzt ok eh mit der waffe kann man Anton meine Muni, lass den mal ach du Wichser scheiß Rax, was war das für ein Muni Schrohrsnipermonie unbedingt und Schrotmonie doch kommen wir nicht ohaha hab ich ihn treffe wo ist denn? hast du das gesehen Anton? nö hast du das gesehen? ja mit Schild und ich kann fliegen, Rax, mein Face-Ding wie auch immer das Ding heißt Face-Log genau Renate Renate Schilds Rax, die nerven mich huah weiße Arschloch ey lass mich, lass mich, lass mich bam so ein Penis wie lange haben wir noch? oh ne lange äh ups hab gar nicht gestartet willst ich forschen? warte wie spät ist denn? jetzt ist es 14 machen wir noch bis wir kurz vor Finns sind mhhh ruhl Arsch snö nein ne nähter Mann einfach uhhhh wuuhhh wuuhhh wuuuhhh 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 hebt nicht mal hoch ey oder lass den Gegner wuuuhh wuuuhhh wuuhhh wuuhhh wuuuhhh 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 hollolololololol falls ich immer nur schrott brauche ich habe welche gefunden wir fragen dich warum ich immer wieder dieselben aufgezeichneten ansagen abspielen oh putz aus ich habe noch eine ich habe eine relativ gute warte haben wir denn unsere schlüsse die kann man einfach auch drüber stecken für die kisten ich sehe eine wachenkiste ich sehe eine wachenkiste ich habe die schlüssel für die kiste in der stadt da das sind zwei schlüssel ich habe zwei schlüssel ich habe zwei schlüssel da oben steht eine wachenkiste noch ich sehe gleich hier eine wachenkiste bei juli der oben von der kante da oben an der kante da oben an der kante boah das ist nicht so wo ist denn eigentlich von der oben herunter springen irgendwie da oben sind us an denken wo wir oben sind werden Ohne Crap-Trap-Ein, Crap-Trap-Ein. Ich brauche nur Munitionen, aber egal schon. Hat Anteil eigentlich damit, aber egal. Ist aber egal eigentlich. Ohne Witz! Nur Chris. Du, Badass. Chill, du. Fühl dich getroffen, ey, ich glaub's ja. Mensch, leck mich. Nein! Und drei Leben, Alter. Das ist mein Shit, das ist mein Shit, das ist mein Shit. Das, was vor mir liegt, ist mein Shit. Ja, ja. Alter! Hallo. Ne, ich hab ja bloß die Waffe gewechselt. Hab ich zu bessere Schilder gefunden? Ne, nur Drecksschilder. Alter. Ähm, warte mal kurz. Kurz. Minimieren. Ach, nein, geht nicht. Nein! Mano! Äh, du darfst nicht Minimieren, ne, wenn du aufnimmst. Echt? Ich hätt ja... Und die ist ja scheiße. Ja. Ja. Das soll Traps mal schön lassen. Oh, ja. Lass mal so langsam aufhören, weil ich glaub die, äh, Zeit ist schon fast vorbei. Ja. Oh, so eine Ficker hier! Mann! Wie kommt man da vor? Wenn wir gleich da raus sind. Okay, cut! Stirb, du saftzack. Nein, das lässt sich tun sehen. Ja. Geh lang, denk ich mal. Geh zur Waffenkiste. Geh lang, zur Waffenkiste. Jungs. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Warum? Weiß ich, wie tut. Ach, Hammer. Stell so Mist wie No vor mir. Stirb. Imperativ für die. Nein, nein, bitte nicht. Anton. Höh, schnell weg, ich bin fast tot. Bäm, sind wir gut. Was ist drinne? Das ist ein Schmurt und ne relativ gutes Schmurt. Ey, ich bin übrigens schon weitergegangen. War glaub ich nicht so gut. Der erste Schmurt ist ziemlich kacke. Oder? Nicht weggehabt, nein. Ja, nicht weggehabt, Mann. Ja, beide. Kannst du beide mitnehmen. Kannst du irgendwelche bestimmte Munitionsort? Exklusiv. Probier ich mal. Oh, leck dich. Oh, leck dich nicht. Also die Nachleidezeit ist so schluss, Alter. Ja. Mann. Oh. Voll hochstrengen. Mann. Das ist scheiße. Ich leite auf der 15, die nämlich. Ach so, wir können den Treppen nicht gleich steigen, der Appe. Hey, warte, warte, das war kurz. schauen oder sind die kisten vorbei möglicherweise haben inventar voll das gehen ja aus dem weg so ist ein aufbau einhalten 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 zu verkaufen in deutschland also ab dem kranten weil ich so cool bin wie was ja leg mich doch wenn du auch nicht so cool bin war auch nicht so schwer war du kannst das nicht verliebt, du bist nicht so cool ey wo ist denn der Brenner? das verlässt du mir auch die Verteidigung das ist ja bald wie ein neuerterer weil die haben auch nicht geschafft ach da hinten als hab ich mich das angegriffen ähm so wenn wir jetzt Gegner gekillt haben müssen wir kurz Pause machen das mit dem Sound geht gar nicht ich verstehe es selbst kaum machst du laut? ne, aus irgendeinem Grund wurde TeamSpeak leider gemacht so jetzt sind alle weg, bleibt stehen Anton kommt zurück Mann Mensch, es geht da bevor wir noch wieder neue Gegner kommen so ich unterbreche uns die Aufnahme das ist denn Anton du auch ne? jetzt ja hast beendet? so wieder da wir sind wieder zurück weg ähm wir werden jetzt hier noch schnell den Boss Flint machen und dann werden wir auch erstmal aufhören für heute so oh ja oh mein leid was ist denn der Ultra Boss? ah ja das hat den einfachen Grund nicht weil wir äh kein Bock mehr haben sondern weil ich nur noch 75 GB auf meiner Festplatte habe das ist relativ schwierig ja doch stimmt der Nachlar und stimmt ja wiederbeleben stirb 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 du Penis ein Klo häuschen da sind viele Waffen drin ja was ist das was für ne Gründer gewesen? war ne Sniper oder so brauche ich nicht ja lass mal zeig 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 oh war es überhaupt ne Sniper? ne doch keine Sniper war ne Shotgun das grüne 20x7 meine stärker 20x7 ne meine ist auch stärker 20x7 ey guck dir mal mein Waffe an Chris ist nur ein Messer da vorne dran nice ja da wo ist der Flint ach so noch höher ja ich nehm lieber Explosion ja jetzt wirst du jetzt mal Flint Flint Klit töten flinten schlint flint 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 wartet auf mich flint zacken warte ja ja ist ne Munitionsautomat yeah wo hier oben ja wo geht ins Automat? scheiße nein so verkaufen Sniper verkaufen das verkaufen äh das verkaufen ja hier möchte ich noch überlegen jo rösser ich voll ich hab 2800 also ich bin fertig so hab ich nur noch 2 Waffen ich bin da ich bin da ich bin das gleiches Video ich bin das gleiches Video ich bin das gleiches Video komm raus Flint deine Klapptrap Einheit ist wieder da und er kommt noch so ein böser Mensch ey geil epic epic unsere neuen Folterpüppchen Jungs heizt ihn ein die wollen uns töten der hat nen Ankerne Hand oder? die wollen uns töten Captain Flinch burn baby burn ich glaub der mag Feuer ah nur so eh 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 ohhh ohhh Alter verzieht die meine auch ganz geil genau das ging geschossen das war ein kritischer oh kacke genotid ich hab heute Anna heute morgen in der Straße meine See ich werde es Captain Flint töten das ist die schwarzhaarige andere ja ok die kenn ich du schützt mich ab Mama stirbt Captain Flint wer von mir stirbt gerade das Darmstil helfer das Darmstil das Darmstil Mann na bitte ah Leben 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 oh ich denk mal gleich kommt wieder das ganze Feuer hier ja er hat natürlich das gescheuert ne hab ich ich brenne oh brennt jetzt nicht mal hu achso es ist Anton mein Schatz macht alles ja stirbt blind flieg bist kerl und stirb ha du bist der furchterlichste Krieger den dieser Flascher je gesehen hat mein Freund geil wuuu wir haben es geschafft man ja friss das uhrensohn da stehts ich hab eine Elementar Waffe hä lol lol ich hab gar keine Waffe außer meine Beine 18 was ist denn was für eine Waffe naja missless tinderbox oh die geilen alten Waffenkissen die sehen immer noch so geil aus mal gucken was haben wir denn hier Blitzdefender ohne Shotgun ah ne Schott da war die Ruffel oh dann würde ich mal sagen gehen wir jetzt ins Schiff gehen rüber da sind wir irgendwo wo wir weiter wissen dann sind wir endlich wieder aus dem Bereich raus und wir schon vorher wissen was passiert ja weil wir haben nämlich schon eine Aufnahme gehabt aber da die Soundqualität noch schlechter war als bei unseren ersten zwei Parts die jetzt schon oben sind ja ja konnten wir es einfach nicht hoch haben kam uns Schweren hat es überwunden neu anzufangen extra für euch oh ja fühlt euch geehrt ja das machen wir nicht für jeden hm ja 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 das war schon mal wiederum der Kapitel ja ja du hast grad geleckt ja 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 soll ich auf Reisen drücken ja wir drücken auf Reisen dann wird die Speicher tschüss bis zur nächsten Folge 2 1 3 Horns gewagt Ach Schorni Ja dann sag ich einfach mal tschüss Bis zur nächsten Folge Wir sehen uns dann demnächst Irgendwann mal